Sorsi, 15. August 2015. Das Schweizer Fernsehen sendet live die grosse Samstagobenschau «SRF bei den Leuten». Der Moderator Nick Hartmann probt mit unserem Stadtpräsidenten den Auftritt. Unser Stadtpräsident? Der Stadtist muss mit Nick Hartmann arbeiten. Und unser Stabi? Der kann sich noch ein Bierchen gönnen und noch etwas Kleines essen. Aber dann gilt es ernst. Wenn Sie wissen wollen, wie sich unser Stadtpräsident vorbereitet hat und wie er sich in der Live-Sendung gemetzget hat, dann schauen Sie doch unseren ganzen Film an. Auf der Website beat-leu.ch